Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Hundegesundheit bei Marengo. Heute geht es um das Thema das Immunsystem des Hundes. Der Begriff Immunsystem ist nicht ganz so leicht greifbar, weil wie der Name schon sagt, es sich hierbei um ein System und nicht um ein einzelnes Organ handelt. Wir wollen heute die wichtigsten Akteure des Immunsystems vorstellen und ihre Bedeutung innerhalb der körpereigenen Abwehr darlegen. Auch soll die besondere immunologische Bedeutung des Magen-Darm-Trakts thematisiert werden. Nicht zuletzt darum, weil hier der Hundehalter die Chance erhält, durch eine gesunde Ernährung das Immunsystem seines Hundes konsequent zu stärken. Zudem soll am Beispiel von Wurmerkrankungen von Welpen auch auf mögliche Gefahren hingewiesen werden, die aufgrund eines unsachgemäßen Einsatzes von chemischen Präparaten das Immunsystem nachhaltig schädigen können. Also, los geht's! Kurze theoretische Einführung in die Immunologie. Das Immunsystem ist kein eigenständiges Organ, sondern ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Organe einzelner Zellen, spezifischer Eiweißstoffe und Hormone. Die Hauptaufgabe des Immunsystems besteht darin, den Organismus verschädigenden Mikroorganismen, Schadstoffen und anderen krankmachenden Zellveränderungen zu schützen. Abgewährt werden muss dabei unter anderem auch ein breit gefächertes Spektrum an Eindringlingen wie Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Beteiligt an der gemeinsamen Abwehr sind neben der Haut und den Schleimhäuten, die wir in den Atemwegen, dem Verdauungstrakt, der Blase und den Geschlechtsorganen finden, insbesondere die lymphatischen Organe. Hierzu gehören das Knochenmark und die Brustdrüse, der sogenannte Thymus. Beide können spezielle Abwehrzellen, die sogenannten Lymphozyten bilden. Auch Lymphknoten, Milz und lymphatisches Gewebe im Magendarmtrakt spielen eine wichtige Rolle. Ein gesundes Immunsystem ist in der Lage, von nanometerkleinen Viren bis hin zu meterlangen Bandwürmern alles erfolgreich abzuwehren. Eine Tatsache, die den meisten Menschen heute kaum noch bewusst ist. Leider wird diese Fähigkeit in der Regel nur noch Medikamenten und chemischen Präparaten zugetraut. Antigene Körperfremde Substanzen werden als Antigene bezeichnet, wenn sie spezifische Reaktionen und Vorgänge im Immunsystem des Körpers auslösen. Neben Antigenmolekülen aus Mikroorganismen und Parasiten fallen insbesondere körperfremde Proteine sowie deren Verbindungen mit Fetten, also Lipiden und Kohlenhydraten unter diese Kategorie, wenn sie Antigeneigenschaften besitzen. Unterscheidung zwischen unspezifischer und spezifischer Abwehr. Um schädigende Eindringlinge abzuwehren, hat sich die Natur ein ausgeklügeltes System einfallen lassen. So gibt es eine unspezifische Abwehr bzw. auch natürliche Resistenz, die als erstes in Aktion tritt. Wird diese natürliche Schutzbarriere durchbrochen, setzt eine spezifische Abwehr bzw. die sogenannte erworbene Immunabwehr ein, um körperfremde, risikobelastete Substanzen auszuschalten. Und spezifische Abwehr oder natürliche Resistenz. Jeder Organismus hat von Natur aus eine sogenannte natürliche Resistenz. Überall dort, wo er direkt mit körperfremden Substanzen in Verbindung kommt, also an den äußeren und inneren Körperoberflächen, leistet die jeweilige Oberflächenstruktur eine generelle und spezifische Abwehr gegen Eindringlinge. So fangen zum Beispiel Speichel und Schleimhaut im Maul des Hundes schon viele Erreger ab, sodass sie nicht weiter in den Körper gelangen können. Neben der Haut und allen anderen Schleimhäuten, Augen, Ohren, Respirationsapparat etc. spielt insbesondere der Gastrointestinaltrakt eine entscheidende Rolle. Er nimmt als größtes Resorptionssystem des Organismus einen bedeutenden Platz innerhalb des Immunsystems ein. Hier kommt der Organismus über die Nahrung mit immensen Mengen an körperfremdem Material in Kontakt. Dies erklärt auch das hohe Potenzial über eine gesunde Ernährung sowie den maßvollen Umgang mit chemischen Medikamenten und anderen Präparaten, die körpereigenen Abwehrkräfte nachhaltig zu stärken. Spezifische Abwehr oder erworbene adaptive Immunität. Kann die unspezifische Abwehr krankmachende Mikroorganismen nicht aufhalten, setzt eine spezifische Abwehr die sogenannte erworbene oder auch adaptive Immunabwehr ein. Im Unterschied zu der natürlichen Resistenz reagiert die erworbene Immunität ganz individuell auf jedes Antigen. Hauptakteure dieser spezifischen Abwehr sind die im Knochenmarkt gebildeten Lymphozyten. Lymphozyten sind eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, also der Leukozyten. Sie werden im Knochenmarkt gebildet und reifen in den Lymphknoten, der Milz und dem Thymus heran. Man unterscheidet B-Lymphozyten und T-Lymphozyten. Gemeinsam sind sie für die spezifische Abwehr verantwortlich und können unter anderem auch sogenannte Gedächtniszellen produzieren. B-Lymphozyten oder auch B-Zellen. B-Lymphozyten sind als einzige Zellen in der Lage Antikörper, also Immunglobuline, wie zum Beispiel IgM, IgE, IgA, IgG etc. zu bilden. Jedes Immunglobulin ist auf die Bekämpfung ganz bestimmter Antigene spezialisiert. T-Lymphozyten oder auch T-Zellen. T-Lymphozyten wandern nach ihrer Bildung im Knochenmark in den Thymus. Dort werden sie auf die Bekämpfung spezieller Antigene eingestellt. Über die Blutzirkulation gelangen sie dann in das Lymphsystem und die Milz. Natürliche Killerzellen. Eine weitere Unterart der Lymphozyten sind die sogenannten natürlichen Killerzellen oder auch NK. Im Rahmen der zellulären Immunabwehr sind sie auf die Abtötung von tumorös entarteten oder virusinfizierten Zellen spezialisiert. Sie sind allerdings Teil der angeborenen Immunität, also der unspezifischen Abwehr und können sich nicht auf ein spezielles Antigen einstellen. Gedächtniszellen. Hervorzuheben ist noch, dass das Immunsystem bei einem Kontakt zum Beispiel mit einem Virus nicht nur Antikörper für die aktuell notwendige Abwehr bereitstellt, sondern dass das auch sogenannte Gedächtniszellen produziert. Diese Gedächtniszellen sind die Ursache dafür, dass eine zweite Infektion mit dem gleichen Erreger in der Regel ohne nennenswerte Krankheitssymptome abläuft. Das Immunsystem kann bei einer Zweitinfektion sofort mit der spezifischen Antikörperbildung reagieren, weil die Gedächtniszellen die Informationen über das Antigen gespeichert haben und das Antigen sofort erkannt wird. So klärt sich auch der Begriff der erworbenen Immunität. Das Immunsystem ist also in der Lage, durch den Kontakt mit einem Antigen spezifische Abwehrreaktionen zu erlernen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, dass die Notwendigkeit besteht, das Immunsystem zu trainieren, gerade im Weltmalter, um einen akzeptablen Schutz gegen Erkrankungen und Parasiten zu erhalten und Resistenzen aufzubauen. Zur Abgrenzung Autoimmunerkrankungen. Ein intaktes Immunsystem kann zwischen fremd und eigen unterscheiden. Erkennt das Immunsystem körpereigene Substanzen, von einigen hier nicht weiter dargelegten notwendigen Ausnahmen einmal abgesehen, als fremd an, kommt es zu den sogenannten Autoimmunerkrankungen. Über die besondere immunologische Bedeutung des Verdauungstraktes. Der Magen-Darm-Trakt nimmt als größtes Resorptionssystem des Organismus einen sehr wichtigen Platz innerhalb des Immunsystems ein. Dies resultiert auch aus der Tatsache, dass er im ständigen Kontakt mit Antigenen steht, die über die Nahrung in den Körper gelangen. Seine Abwehraufgaben kann er aber nur dann wahrnehmen, wenn er intakt und leistungsfähig ist. Nur so kann er das Eindringen potenziell krankmachender Mikroorganismen und anderer Fremdsubstanzen effektiv verhindern. Hierzu bedient er sich sowohl spezifischer als auch unspezifischer Abwehrmechanismen. Diese wollen wir im Folgenden näher beleuchten. Die unspezifische Abwehr des Magen-Darm-Traktes. Verschiedene unspezifische Abwehrmechanismen stehen dem Magen-Darm-Trakt zur Verfügung, um Eindringlinge abzuwehren, ohne eine genaue Unterscheidung zu machen, um welches Antigen es sich gerade handelt. pH-Wert des Magens. Der niedrige pH-Wert im Magen gewährt in der Regel einen relativ sterilen oberen Dünndarmbereich, da die im Magen enthaltene Säure einen Großteil an Keimen ohne Probleme abtötet. Zusätzlich sorgen die vorhandenen Eiweiß zerlegenen Enzyme für eine Reduzierung der Proteine, die unter Umständen als Antigen bzw. Allergen wirksam werden können. Diese Einleitung der Eiweißverdauung wird unter Einfluss von Darm- und Bauchspeicheldrüse fortgesetzt. Peristaltik. Die Darmmotorik oder auch Peristaltik verkürzt die Verweildauer von Antigenen im Darm und verhindert so in vielen Fällen das Eindringen der Antigene. Leidet der Hund zum Beispiel häufiger unter Verstopfung, kann das Risiko, krank zu werden, aus diesem Grund auch erhöht sein. Epitelzellen. Ein kontinuierlich verbundenes System mit Epitelzellen stellt eine weitere Barriere für Antigene dar. Neben Muskel-, Nerven- und Bindegewebe gehört das Epitelgewebe zu den vier Hauptgruppen von Gewebestrukturen des Körpers. Obwohl die Darm-Epitelzellen keine Immunzellen sind, sind sie aktiv an der Abwehr beteiligt. Nach neuesten Erkenntnissen bilden sie nicht nur antimikrobielle Peptide, sondern schaffen einen verdichteten Zellverbund, der Antigene effektiv daran hindert, die Darmwand zu durchdringen. Schleim. Der Schleim dient als Gleitmittel und Oberflächenschutz. Bakterien, Pilze, Viren und andere Antigene werden durch den Schleim gebunden. So wird das Anhaften dieser Fremdsubstanzen erschwert oder verhindert. Bei Irritationen reagiert der Körper mit vermehrter Schleimproduktion, um Fremdsubstanzen schneller abzustoßen. Breiiger Kot oder leichter Durchfall können darum auch Symptome einer gesunden Abwehrreaktion sein. Mikroflora des Dickdarms. Der Dickdarmbereich eines Hundes ist mit einer auf den Körper abgestimmten Mikroflora, dem sogenannten Mikrobiom, ausgestattet. Diese Mikroflora verhindert das Anhaften und einnistend schädigende Keime, die zu einer Destabilisierung der Schleimhautfunktion führen. Ein direkter Angriff auf das Immunsystem kann so verhindert werden. Die Zusammensetzung der Mikroflora hängt neben der individuellen genetischen Konstitution maßgeblich von der Ernährung des Hundes ab. Zudem bildet die Darmflora die Basis für die gesamte mikrobielle Verdauung. Insbesondere die Aufnahme und Synthese von bestimmten Vitaminen, die Zerlegung von Nahrungsbausteinen und deren Darmresorption sind nur bei einer breit angelegten Mikroflora möglich. Verarmungen der Darmflora, sowohl durch einseitig zusammengesetzte Futtermittel als auch durch chemische Präparate aller Art, verhindern die ausreichende Zufuhr mit essentiellen Nährstoffen. Darüber hinaus kann es zu einer Vorwanderung von Keimen in den Dünndarm kommen, was Verdauungsstörungen wie zum Beispiel Fehlgärung nach sich zieht. Die spezifische Abwehr des Magendarmtraktes. Im Zusammenhang mit der spezifischen Abwehr des Darms spielt das sogenannte lymphatische Gewebe eine wichtige Rolle. Es kommt nicht nur in Lymphknoten und Organen vor, sondern auch an vielen Stellen der Schleimhäute, entweder in Form einzelner oder zusammengeschlossener Verbände, sogenannte Follikel. Im lymphatischen Gewebe sind Lymphozyten eingelagert, die bekanntermaßen die Hauptakteure in der spezifischen Abwehr sind. Im Darmbereich unterscheidet man das MALT, das schleimhautassoziierte lymphatische Gewebe, und das GALT, das darmassoziierte lymphatische Gewebe. Beide gewährleisten die Funktionsfähigkeit der Schleimhäute und sind tragend für die spezifische Abwehr. Seit ca. 70 bis 80 Prozent aller Zellen, die Antikörper bilden, ihren Sitz im Darm haben, hat der Magen-Darm-Trakt eine entscheidende Bedeutung für die gesamten Abwehrkräfte und somit für den Gesundheitszustand des Organismus. Beispiel chemische Wurmkorn im Welpenalter. Chemische Wurmkorn zielen darauf ab, Würmer im Darm abzutöten bzw. abzutreiben. Um Endoparasiten, die bekanntlich sehr widerstandsfähig sind, erfolgreich zu bekämpfen, bedarf es starker chemischer Gifte, die natürlich auch für den Hund eine Stoffwechsel- und Darmschleimhautbelastung darstellen. Dies um ein Vielfaches mehr, wenn es Saugwelpen betrifft, deren Immunsystem noch nicht vorhanden ist und sich erst noch ausbilden muss. Die mittlerweile von fast allen Rasseverbänden zwingend vorgeschriebene wöchentliche Entwurmung der Welpen inklusive des gesamten Zwingers ist deshalb als kritisch zu bewerten. Bei wöchentlicher Abtötung großer Teile der Mikroflora des Darms in Verbindung mit der erheblichen Überflutung des Stoffwechsels mit chemischen Substanzen kann sich kein abwehrkräftiges Immunsystem entwickeln. Mit chemischen Wurmkorn eine künstliche Sterilität im Darm der Welpen erzeugen zu wollen, ist nicht nur unmöglich, sondern auch aus immunologischer Sicht widersinnig. Benötigt der Organismus doch den Kontakt mit Wurmeiern und Würmern, um überhaupt eine natürliche Abwehr zu erlernen. Studien von Dr. Felix Sommer und Dr. Philipp Rosenstiel der Uni Kiel belegen, dass es bei jungen Säugetieren nur ein ganz begrenztes Zeitfenster gibt, in dem sich ein abwehrstarkes Immunsystem ausbilden kann. Verhindert man in dieser Zeit den Aufbau einer gesunden Mikroflora und damit des Schleimhaut-Immunsystems des Darms, so kann dies nicht nur eine lebenslange Anfälligkeit für Erkrankungen aller Art nach sich ziehen. Solche Maßnahmen können Hunde durchaus chronisch krank machen und ihre Lebenserwartung deutlich senken. Es geht hier nicht um die generelle Verteufelung von chemischen Wurmkorn. Aber Wurmbefall ist auch laut konventioneller Schulmedizin eine Erkrankung, die einer Diagnose bedarf. Chemische Wurmkorn wirken auch nicht prophylaktisch. Darum ist eine Entwurmung nur angezeigt, wenn ein Wurmbefall eindeutig nachgewiesen wurde. Kotuntersuchungen gesammelt über drei Tage geben einen realistischen Eindruck, ob ein Wurmbefall vorliegt, der bekämpft werden muss. Liegt ein behandlungswürdiger Wurmbefall vor, können die chemischen Substanzen hier ansetzen. So wird ein großer Teil der Wirkstoffe verbraucht und die Belastung des Organismus durch die enthaltenen Toxine hält sich im Rahmen. Bei pauschalen Entwurmungen hingegen besteht ein hohes Risiko, dass aufgrund des fehlenden Wurmbefalls die volle Frucht der chemischen Substanzen vom Immunsystem aufgefangen und verarbeitet werden muss. Natürliche Resistenz gegen Endoparasiten. Nicht nur der Immunologie ist hinlänglich bekannt, dass ein gesundes Immunsystem im Rahmen der Antigenbekämpfung genügend Abwehrmechanismen sowohl gegen Würmer als auch gegen die gefürchteten Larven im Blut hat. Wie sollte sich ansonsten obwohl die Spezies Wolf jahrtausendelang erfolgreich gegen die Ausrottung durch Würmer gewährt haben? Zusammenfassung Die wichtige Bedeutung des Darms und seines lymphatischen Gewebes sowohl innerhalb der unspezifischen als auch der spezifischen Abwehr für den gesamten Organismus ist unbestritten. Es ist daher wichtig, die Funktionsfähigkeit des Verdauungstraktes sowie eine breit gefächerte Mikroflora des Darms zu fördern und zu erhalten. Aufgaben, die in der Regel der Ernährung und einer maßvoll bedachten medizinischen Versorgung zukommen. Und wie weit man in der Praxis auch Immunsystemschwächende Faktoren vermeiden kann und was für den Aufbau eines abwehrstarken Immunsystems förderlich ist, das könnt ihr gerne auf unseren Websites unter www.marengo.de, www.getiergesundheit.net und www.cura-naturalis.de nachlesen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Immunsystem des Hundes geben. Dann Tschüss und bis zum nächsten Mal.